Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Sie sind drin? Ja! Überhin getroffen! Ja, beim ersten Versuch! Zuerst mal! Naturtalent! Ja! 50 Meter musst du packen, oder? Hauptsache treffen! Hauptsache treffen und nicht so viel Spaß! Du hast schon 80 Meter getan! Ja, nein, nein! Was meinst du? Nein, das ist nicht 80 Meter! Du verlängst schon für das Triebzig, oder? Ja, aber du triebst schon! Ja! Du musst ihn nur noch in die ganze Tür das Pilu reinlegen! Okay! Ein bisschen 3 Meter mehr! Ich denke aber so ein... Ich weiß es nicht! Aber eigentlich ein Niedergeschwärter, wie sie auch hat! Das ist für mich nicht schlecht, wenn wir so sachter spielen! Ja, ja! Ja! Das stinkt! Ja! Roman, du bist dran. Danke, dass du dich ansteckst. Immerhin habe ich es bei dir gebrochen. Ich werde eine Seite durchstufen. Ist das besser? Da, 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 da. Du bist die Seite. Ich bin mir gewohnt vom Tennis aus. Wir haben uns hingewiesen. Da ist es noch nicht, da, 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 da. Nach der innen, nach dem wir die B Kern haben. Ich bin ein bisschen fertig. Mach das! Dann, ja, Stefan, ich bin dran, ...krieg das mal ab. Ja, das geht drauf. Ich bin dran. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.